So Leute, der Stream zum Sonntag geht los und Link in der Beschreibung. Ich mache das Video bloß, weil ich ein neues Spiel starte und ja, wer daran teilnehmen will, beziehungsweise den ersten Part gleich online sehen, live sehen, der soll auch dabei sein können. Also, Info ist raus, ihr kommt dazu.